Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK Survival Evolved nach einem Server-Rückstand, ja genau, äh Neustart. Und warum hat er mir das jetzt schon wieder verändert? Ja, ich bin eben respawned und was war natürlich wieder meine Freunde? Die Raptoren und, bin ich blind? Inventory, Inventory, wo ist das Inventar hin? Hat er doch Tab? Wahrscheinlich war da das hier. Safe. So, jetzt aber. So, 100 Steine. Da wollte ich hier noch drauf einprügeln, da wollte ich hier noch einmal reingreifen. Und jetzt verrat mir doch mal einer. Ja, ja, wir laufen flüssig mit über 30 FPS. Komischerweise, diesmal läuft's. Vielleicht deswegen Server-Neustart, ne? Weil die Performance im Arsch war. Was fehlten? Flints. Und wo zum Henker? Wo ist die Pick hin? Da ist er. Ja, auf ein neues und einmal reingeprügelt und alles ist voll. Das ist ja das Schöne hier dran. So, einmal das. Einmal das. Woran hängt's? Holz. Dann kloppen wir einmal auf den Baum. Und sind zu sch... Das ist so krank. Aber irgendwie finde ich es auch gut. Was? Zack. Zack. Zack, zack. Gut. Ähm, ja. Dann wieder die FPS-Anzeige verschwinden lassen. Und ich bin immer noch zu schwer. Das heißt, wir schmeißen mal ein bisschen Holz weg. Basteln uns noch ein paar Sachen. Und gehen auf die Suche nach einem schönen Platz für eine kleine Hütte. Speer habe ich. Ich baue aber lieber noch einen. Und hier ist eine Mütze. So, sehr schön. Mützi. Speer läuft. Ja. Wie ich herausgefunden habe, es ist am einfachsten, wenn man das Ding einfach in den Wald klatscht. Wenn hier alles so hoch ist, kann ich dann auch... Nö, bringt gar nichts. Und lustigerweise, das Ding ist sogar offen. Das klingt nicht gut. Das ist ein Skorpion, oder? Wow. Sehr schön. So kann man es natürlich auch machen. Sind nur leider alle ziemlich zu. Ah, leer. Aber das nenne ich doch mal große Hütte. Und da ist wirklich ein Skorpion. Scheiße. Wir gehen mal in die Richtung. Lalalala. Lalalala. So. Und jetzt sind wir doch an einer Stelle, die wir noch gut kennen. Da wollten wir immer hin. Da ist die große... Nennen sie mal Schlucht. Der ist groß. Ich könnte mir ja schon zwischendrin mal was jagen. Alles, nur kein Skorpion. Taming stelle ich mir hier auch ziemlich einfach vor. Aber wir suchen uns erstmal wieder... Einen Affen? Die sind aber auch relativ neu. Die kenne ich noch nicht. Soll ich mich mal mit anlegen? Na. Wir wollen jetzt nichts riskieren. Und da hinten ist... Irgendein Alpha-Fieber. Bei meinem Glück wahrscheinlich wieder ein Alpha. Ja klar, das ist ein Alpha-Raptor. Och nö. Also gehen wir gleich in die andere Richtung. Echt jetzt? Ach komm. Warum hab ich denn... Mit wie wenig Schlägen sind mir denn gerade bitte die... Dinger kaputt gegangen? So, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die Ecke eigentlich... Ey, nein. Stopp. Respawn. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die Ecke nicht mochte. Weil hier rennt alles rum. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der den Server für sich entdeckt hat. Denn hier gibt's einige kleine Hütten. Ja, PIN-Code. Aber man merkt schon... Viele bauen mitten im offenen Feld. Und da können wir auch gleich mal was testen. Ich habe nur leider keine Ahnung, wie man die benutzt. Ah. Und ich kann's nicht benutzen, da es nicht mir gehört. Auch nicht schlecht. So, egal. Wir haben erstmal kein Zeug mehr. Einfach mal da reingegriffen. Hier noch ein Steinchen mitgenommen. Erstmal wieder für Standardausrüstung. Kennen wir ja mittlerweile. Dann kloppen wir hier noch einmal rein. Dann haben wir nämlich auch das. So. Und wenn er mal mit dem Kraftding hinterher kommen würde, hätten wir auch schon ein paar Sachen. Hier machen wir hier noch mal ein bisschen. Das geht auch hoch. Punkte sammeln wir mal. Wir haben erstmal das wichtigste Zeug. So. Läuft. Ich bräuchte zwischendrin auch noch mal ein bisschen Fleisch. Ich merke nämlich auch, was gibt's hier relativ wenig? Dodos. Und da ist ein Reittier. Ich komm hier nicht hoch. Und rein schon gar nicht. Schade. Wär ja auch zu schön, um wahr zu sein. Sehe ich da etwa einen Dodo? Wir könnten nämlich Heid immer ganz gut gebrauchen. Und wahrscheinlich wird hier auf diesem Server das Heid von einem Dodo Das ging schnell. Das ist geil. Habt ihr das gesehen? Und von den Affen sollte ich mich fernhalten. Warum gibt's überhaupt hier plötzlich Affen? Das wird ja immer besser. So, aber wie immer wir suchen uns ein Plätzchen im Wald schön Klippe schön versteckt in der Hoffnung dass wir diesen Berg auch zu Fuß hoch können Ja, können wir So, hier wäre sogar optimal schön mit Aussicht ne Hier wird's noch ein bisschen eng deswegen gehen wir noch ein bisschen in den Wald rein Scheiße Hier wird's natürlich noch enger Ich wollte hier nicht mitten auf dem Hügel Das sieht doch jeder sofort Hm Auch wenn ich gleich die Hefte wegschmeißen kann Oh Gott Wäre natürlich jetzt realistisch wenn er irgendwann zusammenklappen würde So Wie viel überladen bin Oh Gott So Wir bestehen nur noch aus Stein Ach, die könnte ich ja auch nochmal schnell bauen Uh, ist das toll Was fehlt denn hier eigentlich für Fiber? Wieso haben wir keinen Fiber? Habe ich vorhin nicht mal in die Dinger gegriffen Ach komm Was? Woran fehlt's? Ah, Fiber Schon wieder Fehlt mir ja auch Das ist auch garantiert für die Foundation, ne? Ja, ganz toll Ja Das wird jetzt lustig Hide Hide Find ich ganz gut So Drop Drop Da haben wir jetzt einen Haufen zu droppen erstmal Oh Gott Oh, da ist noch einiges zu tun Das tut man nicht alles Um ein bisschen Platz für die Hütte zu machen Ich konnte ja keine Ahnung, dass wir so viele Steine aus dem Ding holen Aber ganz viel Glück könnte es jetzt lang Jo Und Einmal hier reingegriffen Ähm Hallo Mond Tschüss Mond Es ist Tag Das ist sehr interessant Dieser Server ist irgendwie geil Hide Head fehlt mir noch Jetzt wusste ich's doch Aber wo zum Henker ist denn jetzt schon wieder Moment, da muss ich mich mal ganz kurz anders hinsetzen Ja, ich bin doch schon wieder blind, oder? Hier haben wir den Schmitty Wir haben kaum noch Holz Ich will doch nur einfach schnell mal eine Wunden Hier ist schon wieder Wundenfoundation Das gibt's doch gar nicht Stonefoundation Es fehlt an Holz Ist das jetzt wahr? Wir sind doch so schon zu schwer Warum eigentlich? Ach, hier sind ja nochmal Ein Haufen Steine, ne? So Da fehlt noch was Hide Boots So, jetzt haben wir nämlich auch hier 100 Ich hab mich grad schon gewundert Ein bisschen Stamina So Hm, auch nicht schlecht Die 10.000 Steine, die hier lagen Sind mittlerweile wieder weg Oh Gott, nee Jetzt merk ich grad, dass ich gar keine Steine mehr habe Das heißt, ich klopp einmal hier drauf ein Wenn's klappt Nee, das ist Holz Komm, ich brauch noch ein bisschen Stein Ein klein wenig Damit ich wenigstens ein paar Foundations bauen kann Stein Nein, genau Zack Aber eigentlich würde ich gern so ein bisschen Versteckt hier in die Ecke Dafür müssen wir aber den erstmal abharvesten Nein, ich hab schon wieder einen Haufen Steine eingesammelt Naja, dann benutzen wir halt mal ein bisschen was Na komm schon Eigentlich wollte ich's Mist, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen Oder andersrum gesagt Immer noch nicht Aber wie's weitergeht Sehen wir in der nächsten Folge Gehabt euch wohl Und tschüss